so ja dann können wir die auch zu hause machen dann ist ja gut so und jetzt nach hause schnell mal schwindelig hallo siegurke leute und herzlich willkommen beim nächsten part battlecraft und ich habe rausgefunden natürlich wie man nach hause kommt und zwar um kurz kann man aus dem wieder anders machen geht nicht ich brauche nämlich eine ganze ananas nicht cubes aber da steht tatsächlich cubes das habe ich nachgelesen braucht es aber nicht das ist falsch es braucht keine cubes es braucht ganz normale ananas also ich muss ich bitte hand abschlagen bzw irgendetwas was kein schwert ist und dann kriegte anders bevor ich dann also das mal hierhin da nehme ich das hierhin das hierhin und da so funktioniert ist okay so leute jetzt habe ich den cocktail um wieder nach hause zu kommen hier ist schon wieder so eine komische schule diesmal sogar im berg drin das sieht auch geil aus vielleicht was grünen schatten 1 und 2 und dann manchmal meinen ballen nach hause aber ich suche immer noch nach diesen grünen kleinen viechern diesen häseligen häseligen gestalten aber ich glaube ich werde nicht so erfolgreich dabei sein die mich an die greifen mich nicht an aber wenn ich sie angreifen hä hab ich jetzt kann ich mich zu machen morfen boah wie schnell die hier durch die gegend cruisen dann ein mann tauchten trotz dann ist richtig lustig die sind geil aus dem unterrücken also dann erstmal sehe ich beim map so ok den punkt hier ups dann weiß ich nämlich genau wohin ich schwimmen muss so yo leute jetzt grüßen wir hier durch die gegend als mann tauchen oder als einfach sonstige rochen ich weiß nicht ob das man tauchen sind ist einfach eigentlich wurscht boah die driften so richtig komisch wie ich bin eine roche roche aus dem dünster tal ha 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 so naja marlin ist trotzdem einfacher zu steuern und etwa gleich schnell und man kann auf der wasseroberfläche sehen aber trotzdem macht es hier viel mehr spaß irgendwie verstehst du nicht so weil ich musste mich einfach nach der mini map orientieren so so denn erstmal wieder zu mufler maus morfen wie man das hat kennt und die nano klinge möchte ich noch irgendwann bauen weil wie ihr ja wisst es ist wirklich scheiße ist kein er kein witz moment von den fackeln hier die torche macht man denn die kann man die auch zu hause machen die torch block also ja dann können wir die auch zu hause machen dann ist ja gut so und jetzt nach hause schnell mal schwindelig hallo leute back oder was läuft hier fall ich mich eigentlich komplett verarschen möchtest du dass ich gar nicht mehr nach hause kommt und verflucht das game ich möchte aber nach hause und ich werde es auch schaffen mit oder ohne deine hilfe junge fick dich doch wirklich doch einfach ins knie so und damit wir die torches machen können mal ein paar bambus mitnehmen weil sie sehr schnell abgefahren sind weil ich habe jetzt 64 stück das reicht erst mal wo ich mir mal so ein ding ist und so ein ananas mal wieder wenn ich wieder suchen gehen weil ich so scheiße hier rumbackt was dumm ist zu checken was ich möchte genau so verschwendet man zeit und folgen und so weiter haben genauso deshalb genau durch solche scheiße es waren so weit hinten beziehungsweise sind die anderen so weit vor mir ich möchte übrigens irgendwie hinkriegen dass in der letzten folge die ich von diesem projekt die aufnehmen ja ihr wisst es geht dem ende entgegen und so weiter dass ich in der letzten folge von diesem projekt ja alle leute vom projekt hier versammeln und wieder ein riesigen kampf oder sowas machen mal schauen wie wir das hinkriegen oder so da wollen wir das so dass dann habe ich wieder ein cocktail so jetzt aber es jetzt nicht geht leute ja dann rast ich auch aus dann rast ich wirklich aus so aber erst mal wieder zum vulkan zurück da müsste hinten sein ja genau da dann wieder schauen ob es diesmal geht hoffen wir es und ansonsten ansonsten muss ich dann sie wie schreien ist dass ich hier gefangen bin tropical forest was willst du eigentlich von mir bist du dumm oder was willst du mich eigentlich komplett verarschen man leute was ist hier los ich kann nicht mehr zurück steht hier irgendwas kennt ihr item schon aber ich glaube ich weiß was ich brauchen kaffee wollen wir den denn also dass das so also so müsste man nach hause kommen den offen ist doch wer funktioniert vielleicht auch nicht ich hoffe es funktioniert aber ich habe irgendwie das gefühl weil der erste ist so zu sagen du wärst besoffen und kunst ziehen die welt ja ich weiß es ist ein bisschen seltsam für minecraft jedenfalls und der der zweite dem nach du trinkst kaffee und wirst dadurch ja die besoffen dieser nüchtern genau du wirst wieder nüchtern und das könnte es so sein wenn man internet funktionieren würde ich connect immer wieder so und wo ist die anderen lassen dann hat zur nächsten also leute hoffen wir dass diesmal funktioniert sonst leute fängt das problem dann erst an so ich mache hier mal kurz schock aus kato kriegt man nur 30 muss ich zwei wirklich so war meine workbench so platzieren wir hier und dann hier unten das dann dass das gut in die mitte ganz oben kommt das hier hin wenn ich das gibt auch wieder cocktail das auch ich hoffe das falsche geklickt oder wie also ich glaube den kaffee so im moment das ist das ist das falsche steht da wie geht denn das also russ koffe beans wackelt wo gibt es denn kaffeebohnen ich brauche jetzt von irgendwo hier kaffeebohnen dann kann ich hier mal den ein eimer nehmen so müsste water bucket irgendwie muss das doch funktionieren irgendwie muss ich nach hause leute es ist es kann doch nicht so schwer sein wie kommt man denn nach hause also hier haben wir kokosnüsse aber ich brauche kein kokosnüsse ich brauche die scheiß kaffeebohnen ok ich mache hier mal kurz in karten dann sehen wir uns gleich wieder so da bin ich wieder und zwar hieß es es kann schief gehen wenn man den pinaculada nicht unter wasser trinkt also die pinaculada das ist das getränk hier das hier geiles wasser nehme ich mit kola nehme ich noch einen so jedenfalls jetzt zwei dinge bucket wo habe ich denn meine ananas müsste ich doch noch eine haben anscheinend doch nicht ähm setzlings die brauche ich später noch Flint brauche ich nicht so wirft das mal weg und jetzt kurz ananas suchen wo hat das noch ananas und die da hinten hat es ganz ganz viel ich gerade ein paar mit weil ähm ja ich weiß ja nicht viel ich läuft wie mal wieder was schief die größten Stücke sind eigentlich einfacher zu kriegen so zack hier noch eine so dann habe ich jetzt sechs stück ja jetzt kann es eigentlich schon fast nicht mehr schief laufen ich ähm wow also da kann ich die zeit verstellen hier ne geht doch nicht immer gerade sagen hä wieso kann ich denn das ich habe doch gar nicht die recht und so geht nicht jedenfalls wo ist denn wohl kann noch mal schauen der müsste hier sein so dann in diese richtung das buch ja das buch brauche ich nicht mehr das buch brauche ich nicht mehr jedenfalls ja jetzt habe ich es halt wieder egal diese Spitzsacke gehört mir eigentlich gar nicht die muss ich nochmal zurückgeben jetzt leckt es gerade ein bisschen naja jedenfalls nach hause jetzt ich zeige euch gleich wie das geht ähm sie müssen jetzt eine Pindakulade trinken während wir ganz unten am Wasser sind und dann dürfte das eigentlich funktionieren hoffe ich zumindest ansonsten ist es ein bug ähm ja weiß ja nicht kann sein dann gucke ich nochmal nach ähm hoffe es mal nicht ich habe jetzt hier einfach zwei Folgen mal verschwendet damit das ist ein bisschen doof aber ja viel kann man dann nicht machen so ok dann nach unten stehe hier mal so gegen die Wand oh ich kann hier nicht trinken äh warte dann einfach so trinken so ja jetzt tatsächlich funktioniert so ja funktioniert doch ha boah leute folge verschwendet aber im endeffekt habe ich es doch hingekriegt bin ich stolz auf mich zu meinen bin aber auch traurig dass ich so so scheiße gebaut habe da jedenfalls wie kann man denn das portal aufreißen ich mache es mal so so mehr oder weniger überdecken und halt auch tun als wäre hier nie ein portal entstanden nur wegen kranster 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 verdammt ich ich möchte nie mehr mit dir aufnehmen ne ne naja was ich auch ein bisschen ich sag es mal kacke finde wenn so leute kommen und in die kommentare schreiben ja nimm nicht mehr mit dem auf ich finde ihn nicht so toll leute es ist meine sache mit wem ich aufnehmen nicht eure ne wenn euch nicht gefällt mit wem ich aufnehmen dann halt einfach meine videos nicht so einfach ist es aber sowas finde ich einfach als ich dem gegenüber mit dem ich aufnehmen weil vor allem gewisse leute die sagen das eigentlich nur damit sie mit mir aufnehmen können das finde ich dann auch asozial weil es gibt wirklich leute die kommen und sagen nehmen nicht mehr mit dem auf nur damit sie größere chancen haben das hat es auch schon gegeben und das wird zwar wahrscheinlich in zukunft immer noch geben sowas hasse ich halt einfach muss ich ehrlich sagen aber kann man wirklich beziehungsweise ich kann da wirklich nichts machen gegen so also habe ich noch hier erde reingelegt ja hier oben habe ich noch so die brauchen nämlich koppel habe ich doch bestimmt auch noch irgendwo ich hatte ja so richtig viel das brauche ich nämlich jetzt wieder um die beulen hier von kramster aus zum bügeln kann man das nicht abbauen sagt mir das sagt mir nicht das kann man nicht mehr abbauen alter das kann man nicht mehr abbauen bist du mich ist mich eigentlich auffressen oder wie bist du was na toll habe ich jetzt hier für immer so ein häseliges zeug ihr dank kramster richtig geil ne so ja cool cool dass man das nicht mehr abbauen kann hält ja das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein toll richtig gut gemacht kramster richtig gut gemacht dankeschön genau so genau das wollte ich immer hier haben genau das guckt euch mein geiles haus an guckt es euch an dankeschön also das gibt auf jeden fall ein strike das gibt auf jeden fall ein strike boah alter das versaut mir einfach mein schönes haus ich kann das jetzt nicht mehr abbauen ja richtig cool also ich schreibe bei dings ich werde da dafür auf jeden fall dings anschreiben weil ich möchte hier doch nicht so ein nerviges zeug haben es sieht aber nur beschissen aus wenn hier so ein hässliches dings ist guckt euch das hässliche zeug an und ich kann das nicht mehr abreißen ja richtig toll richtig toll also sie wie soll mal kommen ich sag sie wie bescheide soll hier hinkommen was ist das hier sorry wegen deinem haus das war das portal lg robert ps deine kisten sind verpackt wollte oben was setzen aber es ging nicht ah da hat mir ein paar sachen gegeben dankeschön ok ja dann bin ich nicht mehr sauer ah denn der regenschimmer ich habe mich schon gefragt was mit dem regenschirm passiert ist weil ich habe rausgefunden dass das ding gar nicht braucht dafür naja jetzt habe ich immerhin die scale rüstung dadurch die dürfte etwas stärker sein oder hä die 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 kraft ich tue mal dornen drauf ähm wo ist eigentlich der japan in den turm gesetzt wie soll ich denn plötzlich keine level mehr Ich habe gar kein einziges Level mehr Ja, cool Ops Das ist ein bisschen Nachteil an dieser Spitze, die Sätzeblöcke Wenn man rechtsklick drauf macht So Also ohne Verzauberung ist die Scale-Rüstung Noch nicht so stark wie Die alte Rüstung Also ich muss auf jeden Fall Den Admins Bescheid sagen, deswegen, dass sie das Hier abreißen kommt, weil Ich finde es ein bisschen, ja, es sieht halt einfach doof aus Habe ich nicht noch eine Eisentür gegeben Das darf doch nicht so sein, ne So, also Ähm Eisentür Eisentür Ich schlack dich heute ein Hier sein So Dann hier Hinlegen Inlegen Egal Ich möchte Eigentlich heute Ich muss jetzt eh dann die Aufnahmen werden Also kann ich das, was ich jetzt wollte Nicht machen Und wieso ist das so verpackt Scheiß Internet, ganz herrlich Ich glaube, hab ich keine mehr, ne Ne Na ja, mach ich mir einen neuen So, nehm das Damit es schön auffällig ist, mach ich den Holzknopf So, jetzt Wenn ich den drücke Ja, perfekt Also Als sie trotzdem beschissen auskommt Kommt, Leute Schaut euch das mal an Ich finde es richtig beschissen, dass man das nicht abbauen kann Kann man dieses Portal nicht irgendwie zerstören oder so Das muss doch auf irgendeine Art und Weise gehen So Ne, es geht wirklich nicht Ach komm Wieso geht das nicht Wieso, warum Sie doch beschissen aus Egal Jedenfalls Muss ich hier noch an der Stadt einiges tun Das mache ich dann in der nächsten Folge an der Stadt weiter Bis dahin und ciao Oh, erstmal disconnect nicht vergessen Tschüss Bis dahin und ciao Bis dahin und ciao Bis dahin und ciao Bis dahin und ciao